Was wir heute hören werden, bildet den vorläufigen Schlussakkord in der Jüngerschulung, bevor Jesus mit der Schar Jerusalem erreicht. Es begegnet uns dabei ein Thema, das uns mittlerweile schon sehr gut bekannt ist. Noch einmal versucht Jesus am Ende mit einer deutlichen Klarstellung den Jüngern zu erklären, worum es auf seinem Weg wirklich geht. Die Gruppe ist jetzt kurz vor Jericho. Hören wir also, was geschehen ist, bevor Jesus mit den Jüngern Jericho betreten hat. In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, zu Jesus und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Ihr antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, er wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Zwischen dem Evangelium der letzten Woche und dem, was wir jetzt gehört haben, liegen einige Verse, die die Liturgie übersprungen hat. Im Zusammenhang mit diesen wird aber noch einmal deutlich, wie taub die Jünger immer noch für die Botschaft Jesus sind. Es war zu lesen, wie Jesus jetzt endgültig den Weg nach Jerusalem antritt und die Leute, die das sehen, sind verwundert und die, die ihm nachfolgen, haben Angst. Angst und Bangigkeit ist da. Was wird Jesus und was wird die Schar wohl in Jerusalem erwarten? Und Jesus schenkt ihnen noch einmal reinen Wein ein. Zum dritten Mal spricht er vom Schicksal, das ihn in Jerusalem erreichen wird. Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf und der Menschensohn wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Das sind also die Worte, die Jesus spricht, unmittelbar bevor die beiden Zebedeussöhne zu Jesus mit ihrer Bitte kommen. Die Zebedeussöhne, Jesus nennt sie auch die Donnersöhne. Und die beiden sprechen Jesus mit dem Titel Meister an. Im Griechischen steht da das Wort Didaskale. Wir kennen das Wort vom Begriff Didaktik. Es bedeutet also eigentlich Lehrer. Sie nennen ihn Lehrer, obwohl sie bis jetzt von der Lehre Jesu noch kaum etwas angenommen haben. Sie sagen, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Auch uns liegt es oft näher, Gott um etwas zu bitten, als zu fragen, was er von uns will. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht falsch, mit dem Bitten zu Gott bzw. hier jetzt auch zu Jesus zu kommen. Im Grunde dient die Jüngerschulung ja auch dazu, dass wir die Sehnsucht nach den rechten Gütern entwickeln und dass wir Gott um das bitten, was er eigentlich geben möchte. Und er möchte nicht etwas geben, er möchte sich selbst schenken. Jesus stellt also die Gegenfrage, was soll ich für euch tun? Und in dieser Frage liegt vielleicht auch so ein Funken Hoffnung, dass die Jünger schon verstanden haben, was Jesus für sie wirklich tun kann und wirklich tun will. Und diese Frage verbindet das heutige Evangelium mit dem, was nächste Woche zu hören sein wird, wo ein Blinder Jesus bittet, ihm zu helfen. Auch da fragt Jesus, was soll ich für dich tun? Während die beiden Zebeleus-Söhne noch taub sind für die Lehre Jesu, blind für das, was Jesus geben möchte, wird der Blinde die richtige Bitte stellen und sie wird ihm auch erfüllt werden. Die Jünger dagegen sagen jetzt, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Sie glauben immer noch, dass Jesus als glänzender König in Jerusalem einzeln wird, dass das Reich Gottes in Herrlichkeit beginnt und sie möchten gerne die beiden ersten Ministerposten neben dem kommenden Messias-König erhalten. Die Antwort Jesu kann vielleicht auch so für manche unserer Bitten gelten, mit denen wir zu ihm kommen. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Wir wissen es auch oft nicht. Wir bitten, dass Jesus uns unsere Wünsche erfüllt und begreifen nicht, was das eigentlich bedeutet. Wir bitten oft nicht um das, was Gott wirklich geben möchte. Jesus fragt deshalb nach, Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Im Original lautet der zweite Teil dieses Satzes etwas anders. Die Übersetzung, hier ist es nicht falsch. Im Original heißt es aber, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Das klingt im Deutschen unschön, aber diese dreimalige Nennung des Begriffs taufen im Original, taufen das bedeutet untertauchen, verweist auf die Vollständigkeit dieses Geschehens. Der Begriff Kelch, also zu trinken ist, verweist auf die Bedeutung des Todes. Dieser Begriff begegnet er wieder in der Nacht in Gethsemane, wo Jesus den Vater bittet, den Kelch von ihm zu nehmen. Trotzdem nimmt Jesus diesen Kelch freiwillig an. Im Johannesevangelium, da spricht Jesus deutlich davon, dass er das Leben freiwillig hingibt. Im Kapitel 10, Vers 18 lesen wir, niemandem dreist es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Jesus trinkt den Kelch freiwillig, trotzdem den Tod wird ihr erleiden. Die Taufe drückt das erleiden aus. Also, ich trinke den Kelch, ich werde getauft. Aber auch jetzt verstehen die Jünger die Anspielung Jesu immer noch nicht. Ihre Ambitionen verhindern, dass Jesus mit seinen Bildworten durchdringt. Wir können es, antworten die beiden selbstsicher, ohne zu wissen, was sie sagen. Im entscheidenden Augenblick werden sie mit allen anderen die Flucht ergreifen. Ich weiß, dass die spätere Tradition Johannes als den einzigen Jünger auch unter dem Kreuz sieht. Es erweckt den Eindruck, dass er der einzige war, der nicht geflohen ist. Allerdings ist das durch kein einziges Evangelium gedeckt. Die Synoptiker berichten einhellig, dass alle Jünger geflohen sind. Und im Johannesevangelium, also dem vierten Evangelium, der später dem Jünger Johannes zugeschrieben worden ist, ist immer nur die Rede vom Jünger, den Jesus liebte. Da wird kein Name genannt. Eigentlich sollen sich alle, die Jesus nachfolgen, mit diesem Jünger, den Jesus liebte, identifizieren können. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir kehren zurück zum Text des heutigen Evangeliums. Die Donnersöhne wissen also nicht wirklich, was auf sie zukommt. Trotzdem nimmt Jesus sie beim Wort und sagt ihnen zu, dass sie den Kelch trinken werden und auch die Taufe empfangen werden, mit der er getauft wird. Allerdings die Plätze zu seiner rechten und zu seiner linken hat nicht er zu vergeben. Dort werden die sein, für die diese Plätze bestimmt sind. Und das werden zunächst die zwei Verbrecher sein, die neben ihm gekreuzigt werden. Die anderen Jünger werden Zeugen dieses Geschehens. Wir lesen, als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Dass die anderen ärgerlich wurden, liegt daran, dass sie alle von den gleichen Ambitionen erfüllt sind. Kurz zuvor haben sie darüber gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Jetzt ärgern sie sich, dass die beiden die anderen ausboten wollten. Und dass sie so deutlich die Rede ist von den zehn anderen, nicht einfach von den anderen Jüngern, ist ein Hinweis auf die Geschichte Israels. In der Geschichte Israels hat die Überheblichkeit und haben die Ambitionen des Königs Salomo dazu geführt, dass das Reich zerfallen ist in zwei Teile. Zehn Stämme haben sich abgespalten und das Nordreich Israel gebildet. Die zwei übrigen Stämme, das Südreich Judah. Dort, wo die Suche nach Herrschaft und Macht vorherrscht. Dort geschieht Spaltung. Dort zerbricht die Einheit. Dann heißt es, da rief Jesus die Jünger zu sich. Das ist etwas sonderbar, denn wir gehen davon aus, dass die Jünger ja um Jesus versammelt sind. Die beiden Sebeläus-Söhne sind direkt bei ihm. Die anderen sind alle in Hörweite. Aber sie sind nur körperlich da. Sie sind nicht wirklich bei Jesus. Er muss erst zu sich rufen. Und Jesus erteilt ihnen noch einmal eine Lehre und er spricht jetzt nicht in Gleichnissen, nicht in Bildern. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. In der Weise, wie Jesus das ausdrückt, macht er schon deutlich, dass die Herrschaft der meisten Mächtigen angemaßte Herrschaft ist. Sie gelten als Herrscher, aber als Herrscher dienen sie nicht ihren Völkern, sondern sie benützen die Menschen für eigene Zwecke. Die, die Macht haben, nützen die Macht gegen die Menschen, nicht um ihnen zu dienen, nicht um ihnen zu helfen. Und Jesus sagt es deutlich, dass die Ordnung in der Gemeinschaft der Jünger eine ganz andere sein muss. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, der soll Sklave aller sein. Es ist also eine umgekehrte Karriere, die die Jünger anstreben sollen. Um als Fürst zu gelten, also ein First, ein Erster, muss man den letzten Platz anstreben. Man muss zum Diener, ja sogar zum Sklaven aller werden. Und in dieser Dienerschaft, in diesem Wort Sklave, Servus, soll die Liebe zum Ausdruck kommen, mit der man sich selber einbringt, um den anderen zu helfen, um für die anderen da zu sein. Möglich ist das nur, weil Jesus selber diese Ordnung umkehrt und weil er den Anfang macht. Jesus hat im Grund bereits mit seinem ganzen Leben und Wirken gezeigt, was es bedeutet, in dieser neuen Ordnung zu leben. Er ist nicht als Herrscher aufgetreten, hat den Menschen nichts befohlen oder auferlegt. Er hat sie geheilt, befreit, aufgerichtet, ermutigt, eingeladen, etabliert eine neue Ordnung. Er kommt als Diener zu den Menschen. Die Jünger waren bis jetzt taub für seine Worte, blind für das, was Jesus getan hat. Sie werden erst langsam aufwachen, wenn sie sehen, dass Jesus diesen Weg wirklich bis zur äußersten Konsequenz durchhält, bis zur Hingabe des Lebens. So sagt es Jesus. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus ist also der Diener aller Menschen und er geht diesen Weg des Dienens und der Hingabe bis zur äußersten Konsequenz. Die Jünger haben das bis jetzt noch nicht verstanden. Sie sind taub für seine Worte, blind für das, was Jesus getan hat. Sie sind Sklaven ihrer eigenen Ambitionen. Deshalb muss Jesus das Lösegeld bezahlen, damit sie befreit werden aus ihrem Gefängnis. So viele Menschen sind Sklaven ihrer Ängste und ihrer Egoismen. Auch für sie muss Jesus das Lösegeld bezahlen, indem er sein Leben schenkt. Ein Leben, das die Grenzen dieser Welt und dieser Zeit übersteigt. Wer sich aber von Jesus mit diesem Leben beschenken lässt, der muss keine Angst mehr um sich selber haben. Er kann, weil er Beschenkter ist, selber zum Schenkenden werden. Und als Beschenkter kann er für andere Diener werden und zum Segen für viele. Und als Beschenkter kann er für andere Diener werden.